Hallo alle zusammen. So, heute gehe ich aufs Fahrrad mit dem Zero. Der mag das sehr gerne. Er wird ein bisschen nervös manchmal und flattert rum, aber das ist okay. Ich möchte dazu sagen, obwohl er alle seine Federn hat, er kann nicht fliegen. Also bitte nicht das nachmachen, wenn ihr einen Ahrer habt oder einen Vogel, einen Papagei habt, der fliegen kann, weil dann fliegt er weg. Okay? Hallo. Hallo. All right, are we going for a ride, Zero? Okay, let's let the cars pass. Buddy, are we going for a ride? Yeah? Uh-huh. Okay. Hello. Wee. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, where are you? Hi. We're on a bike ride, you guys. Fun. So much fun. Zero. Hi, Mary. Hi. Do you like it? Yeah. Do you like it? Hi. Hi, baby. Hi, guys. Hi, guys. You having fun? Zero. Hello. Hello. Hi, buddy. Yay. Riding on a bike. Yay. Huh? Is that exciting? Is that so exciting? Wee. So exciting. Huh? Yes, this exercises his wings, gets him excited, and you just have to be careful that he doesn't fall off. Yay. Yay. Woo. Talking about exercising his wings. Oh, you're okay. It's okay. It's okay. Oh. Oh. That's how I go on a ride on the bike ride with my bird. Hi. Hi. The bird is on the bike ride. The bird likes it because it's just fun. Yeah. Gives him the illusion that he's flying. Hmm, buddy. Can I have a kiss? Can I just kiss? So, huh? Zero. War das schön? Hat das Spaß gemacht? Ja? Fahrradfahren. Yay. Huh, baby? Ja, das war lustig, oder? Hm, Schatzi. I love you. I love you. I love you. Oh, hello. I love you. Yes. Say goodbye. Ja, schöner Tag. Sonne scheint. Ja, da kann man mit seinem Vogel doch mal rausgehen, für ein paar Minuten. Wie gesagt, er kann nicht fliegen. Deshalb kann ich das machen. Also nicht mit eurem Vogel rausgehen, wenn er fliegen kann. Dann fliegt er nämlich weg. Habt einen schönen Tag. Bitte abonnieren, wenn es geht. Like drücken und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Tschüss. Macht's gut. Und dann macht mich noch auf忙.